Hi meine Lieben, schön, dass ihr euch mal wieder auf meinen Kanal verirrt habt. Heute zeige ich euch einen Lifehack und zwar wie man ganz einfach und mit wenig Geld Pompons selbst machen kann. Wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran und legen wir los! Ich habe mal auf Amazon ein bisschen geguckt. Ich habe hier mal geschaut, ich habe Pompons gefunden für 1299 neun Stück. Das ist dann pro Stück praktisch 70 Cent ungefähr. Dann habe ich noch welche gefunden für 899, das waren 15 Stück. Das wäre dann umgerechnet pro Stück ungefähr 60 Cent und das ist schon echt da haben wir viel, wenn man jetzt mal guckt bei Rossmann, kosten 30 Servietten 55 Cent und wenn ich das mal auf eine Serviette hochrechne, komme ich gerade mal auf Pi mal Daumen, nicht mal ganz 2 Cent. Und daran sieht man schon, dass es um einiges günstiger ist, wenn man die einfach selbst bastelt. Die beiden Pompons auf Amazon waren jeweils einmal die teuersten, die ich gefunden hatte und einmal die günstigsten, die ich gefunden hatte. Also sprich, selbst die günstigsten sind nicht so günstiger, als wie wenn man es selbst macht. Und wie das genau geht, das zeige ich euch jetzt. Ich habe die Serviette einfach einmal aufgeklappt, dass ich so ein ganz langes Rechteck habe. Da habe ich einmal eine offene Seite und eine zur Seite. Ist ja ganz logisch. So, die muss ich beide abrupfen. Also, es ist ziemlich egal. Ich habe mit der offenen Seite begonnen. Das einzige, was nicht egal ist, bei der offenen Seite, da kann ich wild drauf loszupfen. Da muss ich nicht groß auf irgendwas achten. Einfach damit der Rand so ein bisschen angerupft ausschaut. Bei der geschlossenen Seite muss man wirklich darauf achten, dass man so ein ganzes Band abteilt. Das sieht man jetzt hier ganz kurz. Denn auch bei einem ganzen abgetrennten Band hat man dann diese wunderschöne angerissene Kante. Aber das Band brauchen wir später noch. Das habe ich dann einfach mal zur Seite gelegt und habe dann, das kennt ihr vielleicht noch von der Serviettenfaltung Fächer, einfach ziehharmonikaförmig das Ganze aufgeklappt. Da sieht man jetzt am Rand die schön angerissenen Stellen und das ist das Ganze, was es dann am Schluss so puschelig wirken lässt, was so ganz typisch für diese Pompoms ist. Dann habe ich das zur Seite gelegte Band genommen und einmal mittig zugebunden. Wichtig ist, dass es fest ist, weil sonst rutscht das hin und her. Ja, und dann fängt die eigentliche Arbeit an und zwar jede einzelne Schicht von der anderen Schicht abtrennen. In der Regel sind das so vier Schichten, meint man gar nicht aus wie viel Schichten so eine einfache Serviette besteht. Und es ist wirklich simpel, einfach Schicht für Schicht nach oben ziehen und wie ihr seht, das wird von ganz allein an so puschelig. Ja, da war ich dann mit der einen Seite schon fertig, das sah dann so aus und dann habe ich mit der anderen Seite angefangen und da habe ich dann, das ist ganz wichtig, die Fächerteile nach oben geklappt und nicht mehr nach unten, damit ich so einen runden Pompom bekommen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen und versteht, was ich meine. Ich tue mir da total schwer, weil ich eigentlich bayerisch spreche und mir da oft irgendwie die Wuchtdeutschwerter nicht dazu einfallen. Naja, auf jeden Fall habe ich am Schluss das Ganze noch ein bisschen hintripiert, dass es schön puschelig aussieht und ja, so ist das Ganze schon fertig. Das ist wirklich total einfach und das kriegt wirklich jeder hin. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich wahnsinnig freuen. Das war diesmal ein sehr kurzes Video, ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Schaltet auch gerne beim nächsten Video wieder ein, ich würde mich freuen, denn macht es gut, bis dann. Ciao! Design Untertitelung des ZDF für funk, 2017